ja leute und willkommen zu einem kleinen update es gibt jetzt seit dem patch 14 das ist glaube ich gibt es jetzt neue sets neue ein neues system und es gibt jetzt zum beispiel dieses powershield das ist die neue unique waffe nenne ich das mal von dem ich jetzt eine kappe und ja das ganze sieht jetzt hier so aus also man kann unique skill kapseln da können alle drin sein alle unique skills das heißt es ist völlig random ausgelost wenn ich das mal naja was auch noch neues ist es gibt jetzt hier dieses ich meine firma hier kurz mein mein meins geht es gibt jetzt hier das punk guy set was ich finde ziemlich bonzig aussieht und ich muss mich mal kurz in skype auf offline stellen weil die region da gerade richtig hat ob sorry und es gibt dann eben weiblich auch das punky gale set ok was auch so ich finde es das hat das hat dem gothic ein bisschen der ähnlichkeit wegen dem da wenn das ist gothic ist was ich gerade mein weiß ich ja nicht so und jetzt das beste der besten es gibt bei den pen caps gibt es jetzt diese sachen hier zum beispiel das hier richtig geil also richtig richtig geil es gibt leider noch nicht die set cap die waffen caps wie in korea aber jetzt gibt es ja schon mal die ganzen set caps was ich natürlich feier und ja dann bin ich vor allem mal gespannt was ich mit meinen eine millionen pende alles raus bekommen naja das war es jetzt eigentlich und was es auch noch zu sagen gibt ist der kickvote ist zurück das haben sie gesagt dass es jetzt wieder den kickvote gibt das heißt man kann wieder blöde leide kicken so und jetzt war es das aber man sieht sich bis zum nächsten mal haut rein habt spaß und tschüss